Musik Hey, hallo Kinder! Herzlich willkommen zu Maikes Raffelkiste. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Ich bin schon ganz gespannt, was heute in der Raffelkiste wohl drin ist. Da ist ein Blatt mit einem Lied drin. Oh, jetzt habe ich ein Problem. Ich kann nämlich gar keine Noten lesen. Jetzt weiß ich gar nicht, wie ich das Lied mit euch singen könnte. Was mache ich denn da? Na klar, ich kenne doch jemanden, der Noten lesen kann. Mein Freund der Uwe. Warte, ich rufe ihn mal. Uwe, kannst du vielleicht mal gerade kommen? Ich brauche deine Hilfe. Ja, ich komme. Super. Uwe weiß bestimmt, wie das geht. Hallo, Maike. Hey, Uwe. Mensch, das ist toll, dass du da bist. Ja. Ich habe nämlich ein Problem. Was denn? Ich habe heute in meiner Raffelkiste ein Lied drin, aber ich kann keine Noten lesen. Warten, lass mal gucken. Ah, hey, spann den Wagen an. Das habe ich als Kind immer gesungen. Ein ganz tolles Lied. Soll ich dir das mal vorspielen? Das wäre toll. Ja, pass mal an. Ja, so geht das. Hey, yo, spann den Magen an, denn der Wind treibt Regen übers Land. Hol die goldenen Gaben, hol die goldenen Gaben. Wow, das klingt schön. Das kann man auch im Kanon singen. Dann fange ich an zu singen, du fängst später an zu singen und dann überlagert sich das ganz schön. Das klingt ganz toll. Sollen wir mal probieren? Oh ja, das versuchen wir mal. Okay. Und dann fangen wir mal. Das hört sich total schön an. Habt ihr das auch schon mal gemacht, im Kanon gesungen? Das ist nämlich gar nicht so einfach. Man will irgendwie immer das singen, was der Erste singt. Aber vielleicht, wenn ihr Lust habt, das zu Hause mal zu üben, dann packe ich euch hier unten in die Infobox einfach einen Link und da mache ich das Lied drauf und dann könnt ihr das zu Hause üben, so viel ihr wollt. Prima. Uwe, das ist total lieb, dass du uns geholfen hast. Gerne. Wenn ihr vielleicht noch mehr wissen wollt, was der Uwe so macht, der macht nämlich richtig tolle Kindermusik, dann schaut doch mal hier unten drunter, da verlinke ich euch die Homepage von Uwe und da könnt ihr einen Blick reinwerfen. Super. Danke, dass du da warst und schön, dass ihr wieder dabei wart und wir sehen uns bald wieder. Tschüss. Tschüss. Tschüss.